Ich verstehe, dass Sie als Mutter alles für Ihre Tochter tun wollen, aber ich kann leider auch... Ich denke, Sie können etwas tun. Oh, ich... Nein, nein. Nein, es gibt keinen Vater. Jedenfalls kein, der kommen würde. Naja, so wie wir die Sache durchgestanden haben, wäre wahrscheinlich auch nur im Weg gewesen, oder? Wir waren ja völlig zusammen, das geht doch nicht. Wir haben ja einen gefährlichen Strafväter genommen und ich möchte, dass Sie sofort in Ihr Auto reisen. Sofort in Ihr Auto rein. Das ist ein Wahnsinnig. Ich bin der